Na komm, wieder nach vorne. Nein, du sollst jetzt nicht dahinten. Das macht er mit Absicht. Okay. 3, 2, 1. Nein. Ja. Oh Gott, noch einer. Aber der rennt jetzt durch das Ding durch. Du kannst es einsammeln, oder? Ja. Schön. Hä? Wo war das denn? Jetzt komm mal von dem bösen Onkel weg. Den Platz erdauer dein Ei. Ich mach mal die Tür auf. Ja, mach mal die Tür auf, bitte. Ja, heut noch. Ich warte noch drauf, dass das Licht ausgeht. Welches Licht? Naja, das ist... Licht, Tür! Okay, jetzt können wir es wieder einmachen. Was macht es? Es leuchtet. Ah, du Sex-Hoden-Schrumple. Ja, hier oben ist auch noch einer. Der muss ich verlaufen haben. Und hier sind schon mal zwei Lockerboxen. Der macht sie auf. Nein, das eine muss ich hacken, das andere muss ich schlagen. Und ja, hier sind auch Hoden. Hier sind Hoden? Ja, hier sind Hoden. Hier sind immer Hoden. Och nö! Wie hast du das denn mitbekommen? Toll! 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 Ach, da sind auch noch welche. Jetzt nicht mehr. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass der da unten irgendwas mitbekommt. Hat er aber. Ja, ich weiß. Und da hat er irgendwie einen Hoden-Detektor, oder? Also... Du schaffst es irgendwie immer, genau. Vor allen Dingen leuchtest du auch nicht mal kurz in die Wand. Also... So, wie war das? Wir machen jetzt erst die Security-Dings, ne? Ja. Ja, dann machen wir das doch. Erstmal... Ah, da hinten ist noch ein Health-Pack. Wo? Oh, tausche ich mal. Ich habe noch Ammo-Pack. Braucht noch jemand Ammo? Der ich braucht Ammo. Hier ist jetzt auch noch ein Ammo-Pack und ein Tool-Refill. Ja, also jetzt macht es tatsächlich Sinn, auch mal Ammo zu verdingsen. Ansonsten... Ich habe hier noch das Desinfection-Pack, aber die... Wie sehen denn die Sentries aus? Ja gut, die Sentries können wir gleich nachladen. Ammo haben wir eigentlich auch noch genug, denke ich, für die Welle. So, ne, du kriegst jetzt auch noch einmal Ammo. Wo bist denn du? Satt. Ich stehe hier hinten bei Flecky, ich komme zu dir. So, gut. So. Achso. Wo wollen... Soll ich... Wo soll ich Mine deployen? Deine Tür? Ähm... Nein. Wir machen die Tür jetzt gar nicht auf. Wie? Also wir machen die Tür hier auf. Ja, ich meinte da hinten die Tür. Durch die wir reingekommen sind. Ja, ich gehe schon. Ich glaube, ich mache das dann nochmal zu, ne? Ja, das kannst du machen. Das macht tatsächlich Sinn, weil dann sind sie gesammelt vor der Tür und wenn sie durchbrechen, äh, kriegen sie gesammelt Zeug um die Ohren. Und dann... Legt euch doch einfach hin und sterbt. Das wäre viel weniger Arbeit. Ja, wir würden das gerne tun, aber das funktioniert nicht. Und wieder da. Ihr habt den Titan Stealth-Kill zu bekommen? Ja, die haben wir hinbekommen. Ja, klar. Ja, bei den Dingens schon. Der zweite Titan eben, der war sofort gekillt, nachdem wir den ersten gestaft haben. Gut. Also hier haben wir noch einmal Munition, ne? Genau, das können wir dann ja gleich mitnehmen. Ich kann's doch direkt mitnehmen. Dann nimmst du halt direkt mit. Ich hab ja, äh, Platz. Jetzt. He, nein. Darf ich kurz Hust-Hust machen? Oder wollt ihr einfach machen? Ach, wir machen. So, gut, gut. Oder denkst du, es macht Sinn, noch das dritte Turret hinzustellen? Ah, Gott. Wo war der? Ah, irgendwo drüber. Alles klar, Daumen drücken. Weil das wäre zumindest die Idee, die ich zu denken würde. Ich meine, sie können natürlich auch die Treppen hier runterkommen, was sie bis jetzt noch nie gemacht haben. Aber das Spiel macht ja immer das Gleiche, wir kennen's ja. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Nicht die Tür auf. Nicht die Tür auf. Die andere. Oh ja, ich weiß. Und ansonsten vermute ich mal, ähm, kann auch im gesamten Raum der, äh, Dings, sein, also der, äh, Scan. Aber egal. Du kannst uns ja hinterher, wenn wir das verkackt haben, schreiben, was du, äh, was du sagen wolltest. So. Soll ich drücken? Ja. Ich bin drücken. Ich bin jetzt nicht mehr. Wir machen bis die Tür, die Frau zu cartmço solo, nur abbe Munster. Nach rapp goddamn mehr. Ganz richtig. Als die Tür Moto gittet wurde, dieser Seite 05,1 Oktober, sollte er sein寸, sich noch Elsie bleiben. Da kommen sie hin. Da färben sie. Aber es ist kein Computert. Ja. Wie denn. Wie formschön ich genau zwischen zwei geschossen hab. Warum bist du denn jetzt geplatzt? Weil ich drauf geschossen hab. Achso. Weil sich jemand unauffällig da wieder genähert. Ich hab's die ganze Zeit angeleuchtet, deswegen. Okay, wir können. Denklarz hat er nicht vergessen. Ich vergesse niemanden. Das ist natürlich eine blöde, die die Tür jetzt aufzumachen. Nee, gar nicht wahr. Die Viecher von da kommen nur da. Aber wir werden sie zumachen lassen können und die andere Seite öffnen. Die sind zumindest keine großen. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Du rückst dich da. Morning, Treadlevel, Overlord. Morning, Treadlevel, Satishustree. Hier sind sehr viele. Ah, ich weiß. Oh, Blacky hätte nicht mal den Knopf gefunden. Okay. Das war's. Komm raus. Die viele sind weg. Ich glaube, Blacky hat noch ein paar Weckerhauen Ja, vielleicht noch ein paar mehr Diesmal liegt die Karte nicht hier rum Die Nvidia 3080 Oh, ich glaube, das ist eher eine 4090 Das andere Wein genauso Der andere ist los Weißt du, wie das aussieht? Keiner möchte, dass dein Bein 4090 aussieht Besser 90, 60, 90 und das andere Bein auch Ja, ich mach mal die Tür aus Ist ja dann noch Also etwas, aber wenn du nur 4090 hast, das ist dann schon Was? Don't wake that up Oh, wir hier in deep shit Das geht was? Aber ich hab's noch nicht versaut Doch, ich hab nichts gemacht Ja, aber ich war Ich war drei Kilometer entfernt von den Viechern Ich war auch weit Also irgendwer Du warst am nächsten dran Ja, ja, deswegen muss ich's gewesen sein Nein, aber Ja Ist das ein Dicker? So, dann haben wir das jetzt auch gelöst Ist das ein Dicker? Doch, warst du? Dann war satt gemeint Das kann ja gar nicht sein Haha, satt war's Kann ja gar nicht sein Also ich würde jetzt mal zu dem Rechten laufen Echt? Du läufst immer zu dem Rechten? Ja Ich klöpple ich als erstes weg Sehr ordentlich Ja So, kommt noch jemand? Satt Bitte, wiederholen wir nochmal die Frage, wer das war Das war diesmal Alter, wo kommt der denn her? Die waren da unten Alter, nein Ah, down Hier, hier, hier liege ich Ja, ja, aber da unten ist immer noch einer Nicht bewegen, nicht bewegen Hab ihn Entschuldigung Ich wollte den Dings ausweichen Und ja, das war diesmal tatsächlich ich Es ist interessant, er ist Ja, sagen wir einfach jetzt Posiert auf deinem System gesehen Und dachte noch Bleib stehen Und dann warst du schon Aber Das passiert war Das ist interessant, er ist ja Ewig weit weg Ich hab's nicht mehr gemacht Schön, dass da steht Das war wieder Ja, diesmal war es Jetzt hat jeder Jeder hat seinen Körper Seid er war Und das ist Hm Äh Ja Interessanter war, als ich eben Gerade down war Hatte ich noch 4% Leben Äh Simulant Richtig Fußballspieler So Hey X Hä Ja Wie geht's dir so Äh Gut Dir so Geil Durch diese Tür da Uh Wär cool Wär cool Wär schuld Pusschen von X Seil läuft weiter Hey Satt Jo Bleib stehen Dreh dich nicht um Bleib einfach stehen Genau Bück dich einfach Heb mal die Seife auf Nein bitte nicht Mann Dex hat gesagt Ich soll mich bücken Danke Machst du alles was Dex sagt? Nein aber vieles Mhm Hey Ott So wie Satt bleibt mal stehen Bevor du alles aufwächst Das macht er nicht Ich glaube euch soll das wieder Halbwegs gut gehen Ja Doch Ja Danke für die Clip 3 Aber ich hör schon wieder so Wofür gab's jetzt wieder ein Clip? Äh Der Titel ist Wer ist schuld? Sternchen pulsieren von links Satt läuft weiter Sternchen Ja da ist schon mal ein großer Yay Yay Totally awesome Sind zwei große Hintereinander Hey Blicki Wolltest du schon mal probieren Ob du zwei auf einmal killen kannst? Klar Das sind zwei hintereinander Äh Da hinten ist noch ein dritter Ist das die normalen großen? Äh Das sind die normalen großen Äh Da Dahinter ist übrigens noch ein dritter Aber nicht in einer Reihe Doch Die sind in einer Reihe Schaffst du das? Mann Guck Wo ist denn da der Der leuchtet Mach mal bitte deine Lampe aus Ich sehe nur tatsächlich zwei Ja da hinter Dahinter ist noch ein dritter Ich kann Satt bestätigen Richtig Also die zwei kriege ich auf jeden Fall Auf eine Linie Der dritte ist quasi auch in einer Und irgendjemand hat gerade Nachtisch Ich will auch Nachtisch Ne ist leer Verdammt Oder Musst du ja ständig wegstellen Weil du Unsinn gemacht hast Die normale Sniper hat ja gleich Keinen Ausschuss Oder? Ne Aber ich kann zweimal schnell Hintereinander schießen Ja dann kommt doch der dritte an Ich würde dir deinen Nachtisch einfach Verleggert Ja Ja gut ich muss ja nur Sein Kumpel erwischen Eine Stunde drinnen geknabbert Ja das siehst du Du hast jetzt eine Stunde lang Nachtisch gehabt Außerdem habe ich ja euch als Unterstützung Oder? Ich könnte ja noch eine Mine hinlegen Der Kumpel dann angelaufen Stimmt Der wird relativ Angelaufen kommen Leg ich einfach noch hier Vor uns eine Mine Hier so Jetzt hofft zu zoppeln Digi Ach Embi Ernsthaft Embi zappelt Also auch Ist ja auch Eine Minute nach Snackzeit Da muss man jetzt nerven Ja klar Der interne Snack Achtung er zappelt Der interne Snacktimer sagt Jetzt Du kannst Nein noch nicht Okay jetzt habe ich verstanden Ja bitte Das war jetzt eher eigentlich Ein Dex kann weg Nein Na komm Wieder nach vorne Nein du Das sollst Nicht da hinten Ja das macht er mit Absicht Okay Drei Zwo Eins Nein Jupp Und da kommt noch einer Aber der rennt jetzt Durch das Ding durch Du kannst es einsammeln oder? Ja Schön Ja das war sehr angenehm Vor allem hat er Er hat genau vor dem Ding angehalten und geleuchtet Warum? Ja weil er angreifen wollte Ja Er wollte seinen Spuck Schädel Schlangen Er wollte seine Schlange auspacken Und Angreifen Das will niemand sehen Niemand will seine Schlange sehen Ich habe hier eine E2 Ein Plus Health plus Infektion Kann ich nicht Ich habe ja schon den Lockmelder und ich nehme den Lieber mal mit Du meinst es könnte sinnvoll sein? Ja Hast du das Otto? Ne ich habe den Tripmine Ich habe eine Grenade Ne Seafoam Blacky hat auch eine Tripmine Weil er satt angreifen wollte Satt war ein Mensch dafür Ja und ich war auch diesmal ewig weit weg Ich nehme mir das Ding und hause mir direkt rein Hier liegt noch eine Eine was? Noch eine Spritze? Ja Headshot Blacky Headshot Ja gut Das 60% Das macht Sinn Ich kann nicht danach direkt desinfizieren So Ich kann mir die zweite auch noch reinjagen Ja dann Go Jetzt hustet er 23% Dankeschön Ich habe dich sogar verdient Aber Ohne die Line of Side Werde die Tantz hat sich weiter Und die Miene gelaufen Also ja well done Jo Okay Das macht Sinn Die Line of Side War es Gut Weiter geht's Da sieht man Ich bin Voll Profi Ich mache alles richtig Ohne mich Wäre das Level wahrscheinlich schon geschafft Mach die Tür auf Ja von mir aus Marge Oh Ist das ein Hellfire? Irgendjemand hustet? Hallöchen Hallöchen Sei gegrüßt Und danke für dein Rate Na Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Wie geht's? Das habe ich schon gefragt Und was gab's Essen oder so ähnlich Konntet ihr in Ruhe Nachtig essen? Im Nebel Im Nebel ist ein Hellfire Ich würde sagen Das ist dann Ich hoffe Blackie hat auch Da hinten ist nur ein dicker Also ein normaler Titan Wir haben in Dota gespielt Es gab viel Schokolade In Dota's Tag Ah Und Hallöchen Geran Ist das da hinten Ein Hellfire der da liegt? Das ist da hinten Ein normaler Na dann Also da hinten steht Auf jeden Fall ein großer Ja ja Und hier im Nebel Ist noch ein Hellfire Dann haut doch mal Erstmal die Kleinen da weg Ich geh nicht weiter ran Danke Bis dann Ja Könntest du mich Ordnlicherweise Desinfizieren mal? Kann ich machen 3, 2, 1 Klappeln Ist nicht Ist egal Der lebt Der lebt Der lebt Musst ihn noch treffen Ab ich Scheiße Der Dicke ist wach Der andere Dicke kommt auch noch Ja Meistens kill Da ist noch ein Hellfire Da ist noch ein zweiter Dicke Auf der linken Seite Okay Der Dicke ist down Ich bin dafür, dass ich euch Okay Der noch Gott Ich spiele wie sie satt Das war's Gut Jedenfalls ist der Raum clear Glaub ich Ja Also wenn jetzt noch einer schläft Dann Dann muss der wirklich Einen begnadeten Schlaf haben Psst Sleepers Don't wake him up Oh hier sind noch 2 2x Syringe Was machen die denn? Die machen irgendwas anderes Nimmst du mit? Tool Refill Refillpack Hier oben Ich hab Amo Ach ja Zelle Satt Du bist wieder an der Zelle vorbeigelaufen Was da war noch in Zelle? Der Otto müsste noch Platz für Tool Refill haben Ja Hat er Gut Wo? Hä? Da? Nee das ist ein X-Rotting-Sie Wo ist denn das Tool Refill Dexy? Nee das hat er satt gesagt Was ich habe Aber nicht dem Satz sagen Der ist diese gerade Tool Refill ist hier Weil einfach vorbeigelaufen ist Ida Ah Du hast es gefunden Okay Nein Du läufst schon wieder mit deiner riesigen Nvidia herum Nur weil du so eine große Grafikkarte hast Neidisch Und wenn du jetzt nein sagst Ist es einfach gelogen Die ist so groß Dass du damit nur noch langsam laufen kannst Ja aber sie ist ja auch eher für den Statischen Einsatz und nicht den mobilen Einsatz Ja du hast keine mobile Da ein Netbook rumklöppeln Das ist schon okay Oder am besten Einfach ein Display hinten drauf flöten Für ein Tablet Habt ihr den Tool Refill gefunden? Ja Gut Vielleicht ist das einfach so Weißt du wo man das in so ein USB-C-Gehäuse Klöppelt und dann kann man das Notebook anschließen Viel witziger ist aber Dass bei den Grafikkarten da noch eine extra Halterung ist Dann gucken wir nochmal Wo sind denn die letzten GLPs In Zone 80 סdhen in Ä Lori es kann auch an